Hey Mama, kann ich einen neuen Fernseher haben? Nö. Kann ich einen neuen Laptop haben? Nö. Kann ich eine Playstation haben? Nö. Kann ich das neue iPhone haben? Nö. Kann ich das neue Samsung haben? Nö. Kann ich eine Zahnbürste haben? Wächst das Geld auf Bäumen? Dann gehe ich Papa fragen. Nein, erlaubt ihr doch alles. Deswegen frage ich ihn auch. Abonnier den Kanal.